Die schreiben einfach was und denken aber nicht, dass es Leute gibt, die leichte Sprache brauchen. Die Prüferinnen und Prüfer brauchen wir deshalb so dringend als Übersetzerinnen und Übersetzer, weil sie die Muttersprachler sind sozusagen und dann ist es einfach total wichtig, dass sie lesen und sagen können, das Wort verstehe ich, der Satz ist zu lang, das verstehe ich nicht. Wenn wir den nochmal zur Prüfer kriegen und wir damit einverstanden sind, dann kriegen sie den Siegel drauf für leichte Sprache. Das Siegel ist ganz schön schwer aufzukriegen. Und die Arbeit, die macht mir hier sehr, sehr großen Spaß. Ich will auch weiterhin hier prüfen.